Tagtäglich atmen wir Pollen, Staub und andere Partikel ein. Sie kommen überall in der Luft vor und können sogar unserer Gesundheit schaden. Zu bestimmten Jahreszeiten oder in bestimmten Situationen fühlen wir uns dadurch stark beeinträchtigt. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Best Breathe, die stets auf der Suche nach optimalen Lösungen ist, hat sich dieses Problems angenommen und ein neues Produkt entwickelt. Das Best Breathe Nasenfiltersystem. Dieses neue Produkt bringt viele Vorteile. Der reinigende Filter reduziert die Aufnahme schädlicher Partikel aus der Luft, die wir einatmen. Mit dem Filter atmen Sie deutlich weniger Partikel mit einem Durchmesser von 20 bis 60 Mikrometer ein. Das ist die Größe der häufigsten Pollen- und Staubarten, wie zum Beispiel Nadel- und Laubbäumen von Obst, Gräsern und Agrarpflanzen sowie Hausstaub oder Industriestaub. Das Filtermaterial verringert erheblich das Einatmen gesundheitsschädlicher Partikel aus der Luft. Schützen Sie sich und Ihre Familie. Die Anwendung ist einfach. Sie müssen nur die Filter in beide Zylinder des Silikonfilterträgers einsetzen und diesen danach so tief in die Nasenlöcher einführen, bis alles perfekt sitzt und sich angenehm anfühlt. Und schon können Sie die Vorteile des Nasenfilters BestBreathe in vollen Zügen genießen. Bis zu 90% der lästigen Mikropartikel bleiben draußen. Das neue Produkt besteht aus einem Filterträger, 30 Einwegfiltern und einer Aufbewahrungsbox. Einwegfilter sind als Nachfüllpackung separat erhältlich. Für eine optimale Wirksamkeit und Funktionstüchtigkeit sollten die Filter täglich erneuert werden. In der Apotheke sind fünf Filtergrößen verfügbar. XS, S, M, XL und XXL. Das Nasenfiltersystem von BestBreathe ist latexfrei und wird aus Grundmaterial in medizinischer Qualität hergestellt, das der Klasse 6 der USP und dem Europäischen Arzneibuch Ausgabe 5 entspricht. Testen Sie die Wirksamkeit des Nasenfilters an den häufigsten Pollen oder anderen unerwünschten Partikeln. Diskret, wiederverwendbar und leicht anzuwenden. Fragen Sie Ihren Apotheker. Der Nasenfilter von BestBreathe Testen Sie die Porfusion Saint. 硯 durch Sakpe소 den für funk, 2017 pinch保持 aus Bienverständ出來 aus�ätzen, 从 November 2020 siebie in Nachher Be�� Ausgabe Kabinacch atge Bein Ausgabe Bein Verенной venidos